Ja, schönen Nachmittag. Ich möchte euch auch heute wieder eine Kurzbotschaft geben, eine hoffnungsvolle Kurzbotschaft. Und zwar ist es relativ leicht für uns als Christen auf die Sachen zu schauen, die nicht passieren, die unserem Land nicht passieren, beziehungsweise auf die Sachen, die Gott nicht tut. Und ich möchte euch an eine Geschichte erinnern, und zwar ist es die Geschichte von David und Goliath. Und Goliath macht sich über das Volk Gottes lustig, macht sich über die Armee, über das Heer Gottes lustig. Und da kommt ein Mann, ein junger Mann, fast schon ein Bub zu dem Zeitpunkt. Und er schaut nicht auf den Riesen, er schaut nicht auf die Herausforderungen, sondern er schaut auf seinen eigenen Gott. Und er kommt diesem Riesen entgegen und sagt, wer bist du? Und ich möchte euch einfach Mut machen, wenn ihr in eurem Leben nur seht, was nicht passiert, und seht, wie der Feind euch herausfordert oder sich lustig macht über euch, welche Riesen auch immer in eurem Leben sind, die sich lustig machen über euch, dann ist es wichtig, dass wir nicht auf den Riesen schauen. Sondern, dass wir auf Gott schauen. Dass wir auf den schauen, der hinter uns steht, der vor uns steht, der um uns steht. Denn die Bibel sagt, größer ist der, der in uns ist, als dieser, der in dieser Welt ist. Und wir wissen ganz klar, dass Jesus Christus der Größte ist. Wir wissen, dass er alles besiegt hat, was sich gegen ihn stellt. Und da möchte ich euch wirklich Mut machen, entscheidet euch, auf das zu schauen, was Gott tut. Und entscheidet euch, den Blick auf Jesus zu tun, den Blick auf Gott zu tun. Und dann ist der Feind, dann ist der Riese nicht mehr das Thema. Dann kann man mit einem kleinen Stein diesen Riesen fällen. Und so war es auch in dieser Geschichte im Alten Testament. David nahm einen ganz kleinen Stein und brachte einen Riesensieg für das Volk Gottes. Und so kann es auch in unserem Leben sein, wenn wir unseren Blick auf Jesus haben, wenn wir unseren Blick auf Gott haben und auf seine Größe haben, dann ist es nicht wichtig, wie groß der Riese ist. Sondern dann können wir einen kleinen Stein nehmen und in der Zuversicht Gottes können wir diesem Riesen entgegentreten und sagen, Gott ist größer und dieser Riese wird fallen.